Hier sehen wir jetzt tatsächlich den ersten Looping weltweit zum Transport von Speisen und Getränken. Vom Prinzip her funktioniert er zunächst mal mittels Schwerkraft. Die Vorrichtungen zum Transport von den Speisen und Getränken, die gleiten rein mittels Schwerkraft die Schiene runter, durchschreiten den Looping und damit wir die Geschwindigkeit dann am Ende des Loopings vereinheitlichen, das heißt zu schnelle Vorrichtungen abbremsen, zu langsame weitertransportieren, haben wir hier einen Förderer dran gebaut, der letztendlich dann die Höhe überwindet und dann auf der anderen Seite geht es wieder mittels Schwerkraft weiter. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Na dann Prost! Wenn das System dann fertiggestellt ist, dann haben wir Tisch, Tische. Jeder einzelne Tisch hat 13 Sitzplätze, jeder Sitzplatz hat eine eigene Sitzplatzfarbe. Dann hat man vor sich einen Touchscreen, da kann man die eigene Sitzplatzfarbe auswählen. Und wenn man aus der Speisekarte das gewählt hat, was man bestellen will, drückt man den Button jetzt bestellen. Dann geht die Bestellung in die Küche, dort wird es konfiguriert. Und es geht dann hinter uns später in Steilförderern nach oben. Oben wird dann unser Versandposten sein und von dort werden die Speisen und Getränke in diesen Vorrichtungen dann in die Schienen gestellt, von wo sie zu den einzelnen Tischen fahren. Und zwei der Tische insgesamt hier werden eben einen Looping zwischengeschränkt haben. Vielen Dank. Applaus So. 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 Vielen Dank.